Ich bin Steffo und ich bin heute mit einem neuen Tierlist mit euch. Um was geht es? Hier sehen wir genau drei, vier, vier, was mache ich? Acht Harry Potters, achtmal Daniel Radcliffe in acht verschiedenen Filmen, oder? Schauen wir uns mal an. Ich glaube eindeutig welcher aus welchem Film ist, oder? Wer ist der Erste? Der ist der Erste. Genau. Außerdem drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Der Rest ist eigentlich so weit verständlich. Um was geht es hier? Es geht nicht darum, ob ich einen von den daten würde. Nee. Und zwar geht es darum, wie ich ihren Stil, Charakter von den Filmen beurteile. Hier steht eigentlich, also die Tierlist steht eigentlich nur auf die Stile, aber ich gehe auf das ganze Paket hin. Also welchen Harry ich wie mochte. Und ich rede nur von den Filmen, he. Also von den Büchern wird hier nicht geredet. Ich bleibe wirklich so bei Film Content Only. Und ja, ich tue sie mal ganz leger, ganz easy mal bewerten, welchen ich am meisten mag, welcher Harry mir am meisten gefallen hat. Und ich habe mir wirklich gar keine Gedanken gemacht. Es war wirklich so, ich habe jetzt die Tierliste aufgemacht und gerade auf Aufnehmen gedrückt. Tierliste geht wie folgt. S-A-B-C-D. Und ich schaue mal hier kurz rein. Hier haben wir den ersten Harry. Ich bin ehrlich, der erste Harry. Ja, der Film war geil, aber Harry an sich war nicht interessant. Ich war so ein Ron-Fan. Ich war Fan von den anderen Charakteren. Harry hat nicht einmal richtig gezaubert. Hat gar nichts gemacht. Aber ich muss sagen, doch, desto trotz war es so geil, mit ihm in die Welt einzugehen. Er war nicht ein nerviger Charakter zum Einsteigen, muss ich sagen. Aber er war auch nicht so, wow. Also, keine Ahnung. Er war so für mich wie ein Frodo aus, äh, Herr der Ringe. Er ist einfach da, aber, jo, du interessierst mich nicht so krass. Versteht ihr, wie ich es meine? Ich sag mal so, so ein... Ja, der erste Harry war wirklich der langweiligste Harry, man, wenn ich so überlege. So ein C. C geht. Weil ich kann mich auch wirklich an nichts, äh, krasses, geiles erinnern. Der letzte Kampf war wirklich unnötig. Also unnötig. Er hat ja dort nichts geleistet. Also es war nicht sein Erfolg. Er war immer nur dabei. Er war einfach einfach dabei irgendwie. Und es geht irgendwie irgendetwas und, ja. Also, obwohl ich muss sagen, dass er das mit dem Niklas Flamel und so, mit dem Stein der Weisen, da war er noch eine wichtige Figur, aber... Ja, Quidditch gab es auch noch, aber trotzdem. Ich fand so die da, glaub ich, angenehmer. Äh, der Harry aus Teil 2, der hat um einiges mehr gemacht. Obwohl der Film hat bei mir, so weckt bei mir gemischte Gefühle, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber wir reden ja nicht vom Film, wir reden vom Harry aus Teil 2, Harry aus Teil 2. Ich fand ihn schon am Anfang dreckig. Er hat das Buch gesehen, hat gar nichts erwähnt. Niemandem was gesagt, dass er Lucius dem Buch zu Ginny gegeben hat. Also es war schon eine dreckige Aktion. Aber er hat schlussendlich am Schluss auch selber entdeckt, dass mit dem Basilisk etc., das war wirklich eine krasse Leistung von ihm. Charakterlich im Film hat er wirklich mehr zu bieten als Teil 1, muss ich sagen. Also es war mehr ein Charakter anstatt ein Begleiter von uns. Oder wir sein Begleiter. Ich mach ihn auf jeden Fall auf B. So. Und auch die Entwicklung vom Minimi zum Mini fand ich auch nicht schlecht, muss ich so sagen. Teil 3, Harry aus Asgaban, also der Gefangene aus Asgaban. Ich fand schon mal sein Stil schon geil, aber ich muss sagen, ich bin so ein Umhangflüger, also ich mochte das mit den Umhangstils und so. Deswegen war es so both, also mal gut, mal nicht gut. Charakterlich, also ich finde es war herrlich. Im Vergleich zu den ersten zwei Filmen habe ich so das Gefühl, wenn ich dran denke, im dritten Film auch Harry als wichtige Figur. Also er hat auch was gemacht, er hat Sirius das Leben gerettet, er hat Entscheidungen getroffen. Er wollte Rache nehmen, er hat sich entwickelt irgendwie. Keine Ahnung, also ich muss sagen, der Harry, der war gut. Der war gut. Aber übrigens, nur so mal nebenbei, Harry ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter oder irgendetwas. Er ist gar nichts in der Reihe. Also, weil man in der Top Ten, keine Ahnung, ob er dabei wäre. Ach, weiß nicht. Also, darf man auch nicht vergessen. Aber ich bin eh so wie einer von denen, wo so die Nebenrollen mehr mag. So, kennt ihr ja, bestimmt jemanden in so eurem Umfeld. Aber der dritte Harry, der aus dem dritten Film, mal so kurz überlegt. Doch, der hat schon einiges Geiles wirklich gemacht. Das hat mir gefallen, so. Das Ganze, das war nicht erst bestimmt und auserwählt und keine Ahnung was. Es war so wirklich, er wollte gewisse Sachen selber. Auch seine Angst mit den Dementoren, das fand ich auch noch easy. Das war auch wirklich noch gelungen. S, A, S, A. Ich habe irgendwie Angst, dass ich am Schluss niemanden auf S mache. Aber, ja, machen wir so. Ja, ich bin so voll gespalten. Das ist so bei mir, so hin und her. Ja, ich mache auf A. Vielleicht kommt er nachher noch auf S. Äh, Harry und der Feuerkerl. Also, sein Stil mit den langen Haaren war easy. Wäre es nur er, wäre es besser. Aber weil es jeder hatte mit den langen Haaren, fand ich es nicht gerade cool. Hätte mir eine Abwechslung gewünscht. Vielleicht für ihn oder für die anderen. Das sah mir alles zu Copy-Paste aus. Und jetzt überlegen wir, was war im vierten Film. Hat er eigentlich, der wurde von links nach rechts geschleudert. Und er ist nur mitgegangen. Hat nichts Großes gemacht. Er hat Ron nicht verstanden. Ich als Ron-Fan bin da ein bisschen, äh, gebe ihm eine Minusnote. Aber so vom Ganzen, keine Ahnung. Also, eben die erste Prüfung, wurde ihm alles in den Arsch geschoben. In der zweiten gleich, in der dritten gleich. Obwohl, im Film sah es jetzt nicht so krass aus. Klar, hat es selber bestanden. Aber, jo, es war jetzt nicht Eigenleistung. Keine Ahnung. Also, wie im dritten Film mit den Entscheidungen und keine Ahnung was. Also, es war mehr so, jo, jo, du bist Harry, du kannst es. Irgendwie fand ich den vierten gar nicht gut. Auch das mit dem Schluss, äh, der hat ja voll abgelost. Also, eigentlich, also, es war ja wieder, äh, Inkantatenfluch da, ich hab, äh, der Zauberspruch da, Fini, nein. Ah, ich hab's vergessen. Den Namen ist nicht so gut. Aber es war ja wirklich wiederum etwas, was bestimmt war und nicht, weil er es speziell ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also, das hat mir wieder gefehlt. Deswegen machen wir den ganz unten rein. Der fünfte Harry, im Buch mag ich ihn. Im Film, ich überlege mal kurz. Es gibt bestimmt übrigens auch bei denen und auch bei denen, äh, Szenen, wo ich vergesse, wo vielleicht die Bewertungen geändert hätten. Aber ich rede jetzt nur von dem, was mir in den Sinn kommt als erstes. Im fünften, ja, ich finde, da wächst er aus sich heraus. Da, da, da sehen wir einen Harry, der gefällt mir, der will was machen, der probiert was. Er ist motiviert, er will den Leuten helfen. Seine Dummheit ist, dass er nicht das von Sirius, äh, Sirius sag ich, von Snape, äh, das Training, die den Unterricht nicht richtig durchführt. Man sieht es auch im Film nicht so effektiv, finde ich, wie in den Büchern. Aber trotzdem, das könnte, das, da kann man im Minuspunkt gehen, weil, wie gesagt, er ist ja auch mitverantwortlich, dass Sirius tot ist. Seine Dummheit. Aber das, was er dort geleistet hat, allgemein, also, äh, das mit Umbridge, da war er auch mit dabei, hat sein Bestes gegeben. Also, keine Ahnung, in allen Aspekten, in allen Punkten, mag ich den. Der gefällt mir, also, so, wenn ich überlege. Eben, das mit Sirius, ja, das könnte wirklich ein Minus geben. Aber ich lasse es mal hier. Weil, ich fand, also, ich liebe den fünften Film sowieso, Buch liebe ich, übertrieben. Äh, das sag ich dann wirklich so, Ja, das ist ein, zwei kleine Fehler, aber sonst im Ganzen war er wirklich ein guter fünfter Harry. Der sechste aus Halbblutprinz. Ja, also beim sechsten finde ich so, dass er mal Lust, dass er sich, äh, dass er an Ginny interessiert ist und nur gekorbt wird, finde ich cool. Also, er wird nicht gekorbt, aber, äh, er kommt nicht dazu, sagen wir es so. Was kommen wir noch im sechsten Film in den Sinn? Ja, die Unterrichte mit Dumbledore, die wir dort, Jo, es war so wie, Ja, Harry, kommst du rein? Das ist ein Handy. Oh, das ist ein Handy. Ja, hier werden wir Gedanken sehen. Hier werden wir Aufzeichnungen von früh sehen. Oh, geil. Schauen wir, ah, es fehlt eine Datei. Kannst du uns die Datei holen? Ja, kann ich machen. Also, es war nicht mega viel, was er dort gemacht hat. Es war cool, Dumbledore zu sehen. Es war cool, über Voldemort, über Voldemort mehr zu erfahren. Aber, Harry, das war wie im ersten Film. Er war so mit dabei, ja, okay und so. Das war nur Begleitperson. Also, war jetzt nicht speziell. Sag ich mal, so diese Hype-Momente. Auch Schlussszene, Dumbledores Tod, auch die letzte Mission. Da hat er nichts Spezielles gemacht. Das hätte jeder machen können. Also, jeder machen können ist relativ, aber viele hätten es machen können. Äh, Die Szene mit Draco fand ich jetzt auch nicht brutal. Also, die war schon brutal, aber von Harrys Seite aus. Also, dass er da einfach den verfolgen geht und, ja, nee, das war behindert. Also, ich sag so, ja, verdient, verdient auf ein C. Dann gibt es noch 7-1 und 7-2. Ich fang mal mit 7-1 an. 7-1, Harry beschließt etwas selber zu machen. 7-1, Harry will etwas verändern. 7-1, er will seinen Weg gehen. 7-1, er lernt, er probiert, er ist am Ball. Und, äh... Ja, es gab gute Szenen, so wie langweilige Szenen, aber ich mag den Harry. Den gebe ich ein A. Der Harry aus dem 7-1, sein Charakter, seine Entwicklung, das ist alles gelungen irgendwie. Aber da aus 7-2, aus dem finalen Film, was macht er, lasst uns mal überlegen. Diese unnötige Szene, wo er vor Sirius geht. Also, unnötig ist jetzt nicht ganz, aber trotzdem, also, ob es sein müsste oder nicht, hätte es anders handeln können. Ein bisschen mehr Zeit schinden, obwohl Voldemort kam. Ja, okay. Aber trotzdem. Äh... Und dann noch, äh... Charakterlich... Ja, im letzten, mit dem Zauberstab wegwerfen, ist ein Minuspunkt für mich. Äh... Ja, im letzten Film, ja, er hatte seine Zähne, aber ich sag jetzt nicht, dass er für mich der Wow war, wie im dritten Film oder wie im, äh, 15 oder, keine Ahnung. Wie im... Da hat er mir ein bisschen was gefehlt. Ich stecke in die Mitte. Jo, das war meine Platzierung. Wie gesagt, Leute, nicht falsch verstehen, es geht nicht... Es geht einfach Harry im Film, wie war... Wie fand ich ihn? Es geht mir um das, weil... Diese Style-Bewertung, ganz ehrlich, was will ich über Style bewerten? Der wäre oben irgendwo, der wäre oben, der wäre unten, der wäre oben, Mitte. Der wäre Mitte. Oder oben, der wäre oben, Mitte, der wäre oben. Das war jetzt mir, war mir zu langweilig, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich mal so eine Tierlist gemacht. Ich sag's ja, wo sie soll's auch machen. Äh, zu guter Letzt werde ich ein Video von mir anhängen, wie ich Harry Potter 1 zusammengefasst habe. Hoffentlich gefällt es euch. Ich erhoffe mir, dass ihr ein paar Kommentare da lasst, weil ich probiere etwas Neues. Und eure Unterstützung brauche ich dafür. Äh, und ich mein's ganz ernst, der Video ist geil. Hoffe ich mal, dass es euch gefällt. Und, äh, ja, da kommt noch eine andere Tierlist rein. Bitte lasst ein Like da. Ihr wisst, wir wollen wachsen und ohne eure Likes ist das unmöglich. Und falls ihr nicht Abonnent seid, könnt ihr gerade euch abonnieren und uns dabei unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.